Okay, nächste Folge, neues Glück, Filz in der Kanalisation, gehe und rede mit Ransom, dem Clown. Muss ich auch noch in das Hotel? Frage ist immer noch, nein, komm, bewegt dein Arsch in die Richtung hier, richtig, gut so, weiter, weiter. Oh, das ist so nett. For a good time, Edna. 3, 4, 1. Okay, da oben müssen wir jetzt nicht wieder hin. Äh, wie war das nochmal? Pigeon Brothers, plumbing, electrical and paranormal investigations. We don't monkey wrench around. Look us up in the phone book, for help with leaks, sparks and frighten. Hm. Ja. Ach, einen Moment, kann ich vielleicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir uns mit Rays da unten befinden. Ähm, gebe. Zehner. Not sure why, but, okay, seems like a waste of a good time. Ha! Bus, oh nein, nein, ey, fall ja jetzt nicht durch das. Ah, komm, jetzt. Ah, Glück gehabt. Okay. Nehmen. Ah, verdammt, welche Nummer war das denn jetzt nochmal? 1, 9, ach, shit. Okay, wieder hoch. Geht zur Stadt. Dann war das in die B-Street richtig. 1, 9, 9, noch was? Ähm, Nutzer. 1, 9, 0, 5. Okay. 1, 9, 0, 5. Help! I'm trapped in the sewer. Please call the authorities and let them know. You'll notify someone? Thanks. Gut. I'm looking for an escape route, but I'm lo- I got an emergency call about someone being locked in the sewer. I should have expected, Reno, it was you. I don't like being interrupted when wrestling is on. Ah, hello, Sheriff. Am I glad to see you. This case doesn't seem like something the feds would be interested in, hmm? Now you should head back to the home office, Reno, before you get hurt. There is a killer on the loose. Good advice, Sheriff, but can you get me out of here? Sure, just follow me. Oh, I will need to blindfold you. Ah, nothing about this town surprises me anymore. Oh, there's a bus leaving in a few hours. I think we can handle the investigation from here, Reno. Das sehe ich anders. Das sehe ich nun wirklich anders. Okay, ich muss eigentlich nochmal runter in die Kanalisation. Ah, da ist er doch. Ah, ich kann aber nicht mit dir reden. Okay, was soll's. Aber warum sollte der Killer versuchen, mich hier irgendwie zu töten und dann wiederum nicht? Das ist... Ich kann das nicht öffnen. Ach, verdammt. Eine Blut aus dem Zementer. Hmm. Aber da unten waren doch nirgends so Pilze. Ja, vielleicht doch. Also wenn ich das jetzt vermasselt habe, dann... Ah. Öffnen? Ja, geht nicht. Ja, geht nicht. Oh. Oh. Oh, du sagst. Wir haben das letzte Mal gesehen, Leute. Lass mich die Pfanne haben. Es begann zu sein. Schau, Dave. Danke für deine Hilfe. Wir werden zurück, wenn wir noch Fragen haben. Auf jeden Fall. Wenn ich mit ihm jetzt hier zu dem Postamt hingehe, kann ich die Frau da vielleicht irgendwie quatschen? Hinten ist aber auch nichts mehr. Nickel News. Ich bin kein Printer. Ich weiß nicht, wie man eine antike Printerprese benutzt. Welcome to the Thimbleweed Nickel. 8 Jahre von Erfahrung und 2 Degrees in Journalismus. Das sagt mir, du bist ein FED. Hm. Warum kann ich nicht deine Karte nehmen? Ich bin ein FED. Okay, das sind eigentlich zwei Fragen. Erstens, ein FED. Das bedeutet, dass du nicht in ein FED. Das bedeutet, dass du einen FED. und zweitens, das ist ein preisleses Original. Wenn du eine Karte willst, schau die Quickie-PAL. Nice chatting. Ich habe einen Mörder zu lösen. Einen Moment, einen Moment, einen Moment. Einen Moment, da sind da. Akten-Schränke. Luckily, O kriegen wir keine Akte-Schränke öffnen? Ich will es nicht öffnen, ,... ...fach nicht öffnen. Ich will es nicht öffnen. Ich möchte es nicht öffnen. Ich kann es nicht öffnen. Kann es sich öffnen! Es gibt keinen Film in der Kamera. Scheiße. Mann! Die Doughnuts. The future is never written. I don't want to pick that up. That's as far as the left as it moves. I have to push it to move it to the right. Okay. Drücken. Jetzt. Hoch da. Das ist ziemlich weit. Wie hoch geht's denn da? Was? Äh. Okay. Okay. Nehmen. Oh. Oh. Okay. Jetzt hab ich das Buch der Toten. Hm. Also nur ein paar Ratten? Ist auch nichts. Was kann ich denn mit dem Buch der Toten tun? Welcome to the Thimbleweed Park occult bookstore. I'm Madame Marina. I'm Agent Reyes. I'm Agent Reyes. I'm just here to ask a few questions, ma'am. Hm. Well, alright then. How can I help? Still looking for mushrooms. I don't want to break Agent Protocol, but we really need a lead in this case. I need to go on a vision quest to find the answer. But I can't really reach out into the void without a little bit of assistance. If you can get me an Agaricus fungus Visionum Delectamentum mushroom from the sewers, I might be able to help. Those don't sound legal. And your point is... Okay. Goodbye. Goodbye. A mysterious force... Wenn das lebende Objekt einem Bewusstsein besitzt, sorgen sie dir eine sachgerechte Fixierung. Aha. Okay. Okay. You got any, uh, secondhand crystals? You got any loose change? He doesn't want it. He doesn't want it. You got any loose change? You got any gluten-free donuts? Buy me some kombucha? I'd better hold on to this until later. He doesn't want it. He doesn't want it. Hmm. Fuck, I had to actually actually before... Ah, where can I go now? What does nothing mean? Hmm. I think it's broken. Okay. Oh, also irgendwas für den Movietron. Wäre es doch vielleicht ganz interessant, wenn ich wieder in den Tortenladen gehe. Vielleicht bringt mir das ja irgendetwas. Ah, nee, das ist Nickel News und... Ach, scheiße, das war... In der B-Street, nicht in der A-Street. Verdammt. Hey there! Let's go over to the counter where we can talk. Alrighty now. Um, based on your sign, I was kind of expecting this place to be a bakery. Sorry about that, hun. This used to be Ricky's cakes, but now we sell vacuum tubes. Ah, yeah, das ist Nickel. Hmm. Hm. I see you have quite a collection. Anyway, I'm Special Agent Reyes. I have some questions for you. Oh, pleased to meet you. I'm Ricky Lee and I'm the proprietor of this little store. What can I do for you, hun? Hmm. Okay, da kann ich doch scheinbar nichts kaufen. Just holler, you need me. Ich brauche nur diese verdammte Karte. Das darf wohl nicht wahr sein. The doors are locked and nobody's inside. Oh, sie ist weg. There is no path beyond this point. It just looks like unfinished temp art from a cut room. Hmm. Okay, einen Moment. Ähm. Ich wechsle jetzt gerade erstmal. Oh, mein Notebook. Ich dachte, ich hätte das für gut verloren verloren. Das bedeutet viel zu mir. Danke. Ich gehe wieder hin zurück. Wie bin ich da überhaupt runtergekommen? Das ist jetzt die Frage. Da wurde ich ja entführt. Und einfach unten abgelegt. Hm. Toilettenpapier. Fingerabdruckset. Visitenkarte. Was war das? Da war doch gerade jemand. Ich habe ihn noch ganz genau gesehen. Ach, komm. Ich kann das nicht öffnen. Das scheint nicht funktioniert. Hm. Das scheint nicht funktioniert. Hm. Hmmm. Jetzt stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Okay, das Ding hat ja keine Wildscheibe. Das ist hier nirgends, wo eine Landkarte ist. Was ist das da unten eigentlich? Scheinbar gar nichts. Hm. Vielleicht? Scheiße. Jetzt müsste mir schlecht werden und ich müsste rausgehen. Oh my, that is the worst hot dog I've ever eaten. I, uh, gotta go. I feel better now. Okay. Schade. Ich kann das nicht öffnen. Das scheint nicht zu funktionieren. Ja, ich kann das nicht öffnen. Scheiße. Verdammte Scheiße. Es ist ein Telefon. Ah, okay. Damit kann ich... So ein bisschen Spaß, ruf Edna an. Edna, Edna, welche Nummer hatte die Nummer? 3444, okay. It's a cell phone. Hello? Hello? Someone there? There's no heavy breathing. Let me show you how you do it. Hello? Is this the sheriff again? Hello? 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 Someone there? There's no heavy breathing. Let me show you how you do it. Hello? Is this the sheriff again? Hello? Hello? Okay. Das... Das... Ach, einen Moment mal. Wenn ich jetzt die... Ah, ne, das mit dem roten Ding. Das war ja... ...bei Dolores. Ich kann das nicht öffnen. Die ganze Nacht geöffnet, das ist doch schön. Ja, die Fresse. Nein, alles gut. Oh, smells awful. Better leave it. It's called Levo's Bear Repellent. When you... Pigeon Brothers, plumbing, electrical and paranormal investigations. We don't monkey wrench around. Look as... Okay, dann einmal wieder hier rein. Filled to the brim with smelly trash. Telefonbuch. Pigeon Brothers P. Da. 5533. It's a cell phone. Telefonbuch. Hello, you've reached Pigeon Brothers plumbing. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll only come out for paranormal related plumbing and electrical emergencies. Please try us again later. Ah, okay. Ja, super. Und jetzt? Vielleicht irgendwas bei der Leiche? Ah, kann ich... Einen Moment. Kann ich die Fingerabdrücke der Leiche nehmen? Wird noch gar nicht probiert. Körst. Ja, schreiber. Wird noch gar nicht ab! Wir sind bei der Leiche auf demmaß. Ja, schreiber. Dann würde ich hin. Ja, schreiber mich auf, Chao, schreiber die Helge. Einen Moment. Da, schreiber mich an! Entfer mich ab! Denken mir denll, Ja, schreiber mich an! Gears beim Gears und schwit. Das ist ein Sprich. Danke. Na, schreiber mich an! Ach, komm schon. Gib mir irgendwas. Ja, dafür brauche ich die Kettensäge, aber dafür... Ach, entweder brauche ich jetzt die Karte, da weiß ich immer noch nicht, wie ich an die dran kommen soll. Oder ich muss irgendwie den Rest irgendwie schaffen. Ich könnte jetzt natürlich auch versuchen, am Friedhof irgendetwas durchzufü- Oh, nein. Wieder zurück. Mit dem Buch der Toten? Hm. Ah, for rents... Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da. Ah, komm. Ich will das... Ja. 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 Na ja. 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 Paar. Ja. Wir haben ein Mörder zu lösen. Die Rösen sind rösen, die Piloten sind blöden. Wir holen unsere Spezial-Bundel und bleiben alle Nacht. $50-Valentine-Special, an Fancy-Nancy-Flowers. Sponsiert von Pillowtronics. Hallo wieder. Ja. Ja. Thimbleweed Park Guided Tours. Excuse me. Be with you in a second. How can I help Agent Ray? Okay. Okay. Ich will nicht schlafen. Aber ich habe mir gedacht, die FEDs zu sein. Es ist einfach nicht so großartig oder schwierig wie Postalwerk. Tja. 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 Diese Bottele ist zu schmutzig, um den Prinz zu haben. Ah, verdammt. Schade. Okay. Hm. Nutze. Es ist so lange in der Wasser, seine Finger sind waterlogged. Vielleicht versuchen, ein Fingerprint zu prünen. Ah, schade. Das funktioniert also auch nicht. Ja, dann mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Bis dahin.